Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Erstmal Begrüßung. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Sounds TV. Ich bin Basti und was haben wir heute für euch? Was frag ich euch eigentlich? Die New Tracks, ganz klar. Und da gibt es heute einige richtig gute Titel. Deswegen, was fehlt, das ist das Intro und bis gleich. Fangen wir die New Tracks wieder etwas smoother an. Ihr wisst es ja, ruhiger, ganz entspannt. Und in diesem ersten Block haben wir die neue Single von Joe Stone. Wir haben Siegala mit dabei und Cooking on Three Burners. Die kennt ihr ja noch aus der Nummer zusammen mit Kungs. Ja, die sind auch Solo unterwegs und deren neuen Single haben wir selbstverständlich auch mit am Start. Deswegen jetzt viel Spaß mit Blog Nr. 1. Etwas smoother, etwas schöner, aber geiler Sound. Bitteschön. 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 I'd like to sing your song, something to sing alone When I'm not feeling strong, I need you To sing me your sweet lullaby Hear the sound of a sweet melody So sing to me So sing to me Hear the sound of a sweet melody So sing to me I lose control, can't seem to get enough When I wake from dreaming Takes me to the cloud above Takes me to the cloud above Tell me there's a rain in love Takes me to the cloud above Tell me there's a rain in love Takes me to the cloud above Club Sounds 84 3 CDs vollgepackt mit 69 Club Hits Mit Lost Frequencies Offenbach Martin Garrix Und vielen mehr Club Sounds 84 Hey, du bist der DJ Das war Block Nummer 1 Es ist Zeit für den zweiten Block Und jetzt, ja ihr kennt es ja, drehen wir ein bisschen mehr auf Ein bisschen mehr auf Und wir haben mit dabei die neue Single von Dylan Francis Der ist ja momentan so ein bisschen auf dem Mexiko spanischen Salsa Trip Also hat ja auch so ein Hip-Hop Ding gemacht mit spanischen Vocals Jetzt eine sehr kommerzielle Single, ein bisschen Rugger-Ton mäßig und auch wieder spanisch angehaucht Kencito, cinto, guante Ja, warum eigentlich nicht? Hört sich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut an Dann haben wir in diesem Block auch noch die neue Single von Chris Lake Und Leute, oh, ich find Chris Lake ja eh absolut megamäßig Und I turn the lights off, mega Nummer Einfach nur fettes Ding Richtig, richtig fettes Ding Deswegen jetzt Boxen aufdrehen und volle Elle Mütze Glatze Hier ist Block Nummer 2 Es lo que hace que yo la quiera besar Es lo que hace que yo la quiera besar Es lo que hace que yo la quiera besar Action 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 Outro Machen wir doch gleich weiter mit Blog Nr. 3, ihr seid jetzt richtig an... Nein, Basti, gib mir mehr, ich weiß, ich weiß, deswegen quatsch ich gar nicht so viel. Blog Nr. 3 ist jetzt am Start und da haben wir eine Single, wir haben letztens in den News schon drüber gesprochen, Tweakor, also die Tweakers zusammen mit Darren Styles und Party Styler. Eigene Label, Electronic Fox Music ist ja gestartet und das ist die erste Single und Leute, mega. Halt so Happy Hardcore und Gib ihm und Mütze Glatze und richtig cool. Ja, für unsere Trap-Leute was mit dabei, selbstverständlich, Ram für unsere Tranter. Ja, einfach ein geiler Blog, zu viel gequatscht, viel Spaß, Alufolie, Füße eincremen und dann geht's rund. Hier ist Blog Nr. 3. Hier ist Blog Nr. 3. Jetzt,, du hast auch dieدمige Villain, halt. Das kriegiert, ich kann, 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 ich kann. Das Creo dubien, ich kann, ich kann, ich kann esv Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's auch schon wieder mit unseren New Tracks. Diese Titel und viele andere findet ihr auf Spotify auch in unserer Playlist. Einfach unter Club Sounds suchen, folgen, damit ihr immer den geilsten Sound auf euren Ohren habt. Wenn ihr Vorschläge habt bezüglich den New Tracks, sehr, sehr gerne, kommt an unser Forum. Forum. Club Sounds. Live-Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und gebt uns einfach eure Vorschläge. Mit etwas Glück seid ihr dann auch in der Sendung. Ja, ich glaube, ich habe gerade Vorschläge gesagt und nicht Vorschläge. Man merkt, die Sendung ist schon wieder vorbei. Ich brauche einen Grund. Ja, tschüss Sikowski an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann bald wieder zu einer neuen Folge auf Club Sounds TV. Bis dann. Vorschläge. Ich komme auch manchmal auf Sachen von Vorschläge. Was sind Vorschläge?